Es wurde eine Frage gestellt. Was ist Kalvinismus? Der Kalvinismus geht zurück auf Johannes Kalvin. Er war einer der Reformatorer im 16. Jahrhundert. Er war eine Reformatorer im 16. Jahrhundert. Er war in Schweiz. Er arbeitete oft in Schwiecarii, in Genf. Er hat auch ein spezielles System entwickelt. Er hat seine Vorstellungen entwickelt. Seine Nachfolge haben das Teil noch verschärft. Er hat noch viel richtiges gesagt von Fort Fortes. Er hat natürlich nicht alles gesagt, aufgrund des Wortes. Aber man bringt ihn nicht vor allem Verbindung mit der Lehre von der doppelten Vorherbestimmung. Das heißt, einfach gesagt, ein Teil der Menschen ist vorherbestimmt zum Heiligen, zur Errettung. Und ein anderer Teil, der größere Teil der Menschen ist vorherbestimmt zur Errettung. Aber eine andere Teil der Menschen ist vor allem, aber sie verletzten die Vergangenheit. Die Bibel spricht, in der Tat, von Vorherbestimmung und auch Erwählung. Und das ist eine nicht einfachere Frage. Und das ist eine nicht einfachere Frage. Und das ist eine nicht einfachere Frage. Im Kalbinismus wird sehr stark betont die Souveränität Gottes, die Allmacht Gottes. Im Kalbinismus wird sehr stark betont, dass Gott allwichtig ist, dass Gott allwichtig ist und auch allmählich ist. Er kann tun, was er möchte. Er kann tun, was er möchte. Er kann sich für eine Ehre oder eine Ehre schaffen. Er kann sich für eine Ehre oder eine Ehre und eine Ehre und eine Ehre, die die Ehre und eine Ehre und eine Ehre und eine Ehre und eine Ehre. Es ist eine sehr einfachere Frage. Aber ich persönlich finde, die es sehr problematisch ist, wenn man einen Stadens-Lehr entwickelt, Leider bleibt der Mensch-Station, starke Lehrsysteme zu entwickeln. Ich war seit mehreren Jahren dozent für systematische Theologie und Dogmatik. Ich war seit ein paar Jahren mit dem Systematischen Theologie und habe immer versucht, ein starkes Lehrsystem zu entwickeln. Ich habe immer gesagt, dass alles, was ich sage, am Wort Gottes Namen. Ich habe immer gesagt, dass alles, was ich sage, am Wort Gottes Namen. Ich habe immer gesagt, dass alles, was ich sage, am Wort Gottes Namen. Ich habe immer gesagt, dass das Entscheidende steht im Römerbrief, Kapitel 8. Aber es steht in Römerbrief, Kapitel 8. Vers 28. Wir wissen aber, dass die, die Gott liebt, alle, die zum Besten lieben, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn wie er zuvor ersehen hat, der auch zuvor bestimmt hat, dass sie den Bild seines Sohnes gleich sein sollen. Damit er der Geist geboren sei unter dem Bild, der auch zuvor bestimmt hat, der auch berufen hat, der auch berufen hat, der auch gerechtfertigt, der auch gerechtfertigt, der auch gerechtfertigt. Wir wissen, dass der Geist geboren ist. Wir wissen, dass der Geist geboren ist. Wir wissen, dass der Geist geboren ist. Das geht vom Verarias verbunden wird, wo der Geist beg Layer in seiner Römer ist. Das ist eine Aussprache der Geist geboren, когда der Geist. Das geht Нуsch auf mitzunehmen, dass der Geist geboren wird. Ich bewusst, dass der Geist geboren wird, wenn sie den Geist noch sind. Und deshalb kann die Bibel sagen, dass Jakob wieder wählt, aber Esau nicht ein Kiepsisfeierer. Und deshalb kann die Bibel sagen, dass Jakob wieder wählt, aber Esau nicht ein Kiepsisfeierer. Und das ist ein Kiepsisfeierer. Und das ist ein Kiepsisfeierer. Das ist ein Kiepsisfeierer. Das ist ein Kiepsisfeierer. Aber jetzt von Menschen her gesehen. Hätte Pharao die Möglichkeit gehabt, sich auch so zu entscheiden, dass er Israel das Ziel lassen könnte? Pharaon же мог так решиться, dass er gesagt, dass er, ich kusche den Israels народ. Und genauso hätte Esau die Möglichkeit gehabt, sein Erstgeburtsrecht nicht zu verkaufen. Das heißt, Pharaon und Esau sind voll verantwortlich für das, was sie getan haben. Und jeder Mensch, der in die Hölle kommt, ist selbst verantwortlich dafür, weil er das Heilige Wort Jesu, Christi, ein Kreuzer Volkern hat. Und jeder Mensch, der in die Hölle kommt, ist selbst verantwortlich dafür, weil er das Heilige Wort Jesu, Christi, ein Kreuzer Volkern hat. Und jeder Mensch hat die Verantwortung, sich zu entscheiden. Und das ist aber kein Gegenstand zur Erwähnung durch Gott. Und das ist aber kein Gegenstand zur Erwähnung durch Gott. Denn Gott hat denjenigen erwähnt, dass er sich für ihn entscheiden kann, dass er sich für ihn entscheiden kann. Und der in die Tür steht, dass er sich zur Erwähnung durch Gott gehört. Und Gott weiß Gott wer ja und wer nein sagt. Aber wir haben schon gesagt, dass wir das nicht wissen. Aber wir haben schon gesagt, dass wir das nicht wissen. Aber das ist jetzt zu schwierig, oder was du denkst? Und das ist eine der schwierigsten Fragen der Theologie. Aber es ist kein Widerspruch. Aber es ist kein Widerspruch. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. So steht ganz klar in der Bibel in der Bibel. Das ist sein Wider. Das ist seine Wider. Bitte, dass es mit Gott ist. So steht in der Bibel in der Bibel. Aber nicht jeder Mensch nimmt das andere. Aber nicht jeder Mensch nimmt das andere. Ja, Jesus sagt, dass sie nicht gewollt haben. Und Christus oft sagt, dass sie nicht gewollt haben. Die, die das annehmen, sind der Welt, und die das nicht annehmen, sind nicht der Welt. Aber das Angebot in jedem, wird kein System, wie den Kalbinismus aufbauen, der sagt, dass ein Heiliger Mensch hat überhaupt keine Chance, sich zu bekehren. der sagt, dass überhaupt bei einer половinie Menschen keine Chance zu beurteilen. Weil die Ewigkeit ja verworfen ist. Weil die Ewigkeit ja verworfen ist. Weil ich kein Kalvinist bin. Deshalb bin ich kein Kalvinist. Ich bin ein 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 Kalvinist.